hallo youtube schön dass ihr da seid zu einer neuen folge unsere kleine appen fahren jetzt bin ich einfach mal reingestartet und das für alle drei für unseren stocky für unseren falk 66 modding und für mich schönen abend wünsche ich euch ja zu einer weiteren folge und der kevin ist auch da da steht da 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 ist moment ja und ich sehe gerade ich habe nicht um ihr schaltet schande über mein haupt so dass wir hoffen hat der mist auch hier funktioniert warte jawohl da ist bild und ab geht die post supi dann würde ich sagen viel spaß bei der folge weg genau wir haben spaß an der freude an weihnachten und wir haben gedacht wir machen da mal was schönes 444 recht elias danke für den host ja dass sich elias ja er seht es schneit mittlerweile wieder was ist denn hier los ich bin müde hast du doch gehört ich habe doch gegähnt weihnachtsmarkt natürlich weihnachtsmarkt mit sepp und michel hast bock ja alles klar wo treffen uns ja da ist die idee die bekommen jo ja oder das bei lauf zu schneiden auch wenn man hier könnte aber nachher auch wieder mal fahren dem bus fest ja Automatik ja dann habe ich weiß nicht cool jetzt sind dann busfahrer eigentlich müssten wir ja hinten sitzen ich glaube da drüben ist auch noch einmal das mal gucken wir müssen hier hin aber wir haben echt eine gute straßenmeister reine die straßen sind echt gut freigeräumt angewöhnen das war unser beruf dann auch mein mann ich bin ja mal gespannt von wo die kommen das ist wie mit den leuten die mit nebel und nebel schlussleuchte fahren ja ja mein was machst du denn da kommen wir gucken ob das gefroren ist nicht siehst du doch bus ist da komm her monabend hier die ambi beleuchtung ist kaputt ich kann euch gar nicht sehen wo sind sie auch nicht ich sitze hinten irgendwo ok der dem kopf schütteln ich sehe gar nicht wo mein wo der kevin ist ich sehe gar nichts hier in beleuchtung ist aber echt mal was für einen da hinten da sitzt sie jetzt habe ich euch gesehen ich bin ganz vorne ich bin der erste reihe ja dann habe ich mir gedacht dass du wieder in der ersten reihe sitzt da bin ich beim glühwein sucht ja sucht oder gerade hast du nicht gesehen ne zu war weg zu viel glühwein gehabt heute oder zu viel müde oder so ja 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 ich habe noch ganz schön betrieb in der stadt wach ja die werden jetzt die alle hier ein finden so langsam denke ich auch aber ein zucker weihnachtsmarkt auf sind schon da und war es schon alle meine aussteigen ach ehrlich ist aber schön hier ja guckte man diese schönen lichterketten an die aussehen wie ein tannebaum ja die habe ich jetzt die habe ich letztens noch bei bau freund gesehen oh warte mal oh da kommt was zu trinken was warmes moment oh lecker so ich weiß ja nicht wer du wer du bist moritz aber eins mal kurz sorry dass ich da jetzt in die folge eingreifen aber die kommentare kannst du für dich behalten nur damit wir uns klar verstehen danke so wo sie gibt würstchen ich habe lustig habe und hier gibt es mal kuchen weil es da hier gibt es blühwein glühwein das ist hier gibt es auch in die kuchen was gibt denn hier was hat denn hier für eine bude wird geschlossen hallo sind hier ist ein grill aber hier ist keiner drin ach hör auf ernsthaft ja dann hör doch nicht einfach die bude zu machen keine lust mehr zum arbeiten ja und mir jetzt ein tako so maestro hier kommt manchmal tako tako fisch dankeschön dankeschön danke moritz wird ein follow nennsteck tako nenne ich will ich habe hier chicken chicken wölf takos und du kriegst zwölf takos dabei kauf zwölf und zwölf takos free ja 12 ist zu viel wie nie zu essen ist das auto laufen hier hinten hier seid ihr alle ja ja cool so ist das denn hier auto scooter kuchen herzen auto scooter also du hast den dumm heute Abend mit ach stimmt hier kommt ein glühwein geht noch dann komm erstmal noch ein glühwein prost die beiden ne oh ja ne dafür ist das bei mir noch nicht so richtig so ganz so auf geht's autoscooter blauer ist mein blauer ist meiner gewichter geh weg kevin macht es ab meiner eigentlich müsste jetzt hier noch ich denke ich müsste jetzt noch einer stehen am rand hier sagt recht hoch fahren du meinst das denn etwas sonst so mein ruhig und jetzt geht es weiter hier mit der nächsten runde und auf geht's die nächste runde rein in das vergnügen da rammt er mich schon wieder zurück die rückwärts fallen dann mit der bürde vor die stange rammt er mich schon wieder einsteigen jetzt wieder mit dabei sein jetzt wieder fahrtschips lösen kommen sie näher kommen sie ran die werden sie genauso beschissen wie nebenan Kanye komm fahr da vorne ja wer fährt denn eigentlich dieses leuchte ding die diesen ganz bunten ist ich glaube kevin das kann doch nur Kevin sein hier. Hau ab! Hau ab, das ist meine Strecke! Kevin alleine merkt. Kevin! Fahr die anderen um! Musiker aus. Kommen wir nachher nochmal. Weeeee! Kommen wir nachher nochmal. Weeeee! Von hinten rein. Uiuiui, hier dreht sich alles. Hallo, hier dreht sich alles. Hallo, hier dreht sich alles. Vorne. Ja, die rechte Bude da irgendwo dahinter ist einer. Dahinter ist einer? Okay, hör mal. Hör auf zu erzählen, warte mal. Kommen Sie ran, kommen Sie ran auf Meter. Jetzt gibt's Glühwein, 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 drei Becher umsonst für einen. Ja, ich bin dabei. Grüne, rote. Wie umsonst bin ich immer da. Ja, was ist, wir haben mal ein Spielchen. Sie kennen Zonk? Ja? Ja? Grüne Tasse, rote Tasse oder blaue Tasse. Das, was Sie wollen. Und ich sage Ihnen, wo Zonk ist. Geld. Zonk! Außer, denn bist du denn schon 18? Darfst du das spielen? Aber sicher. Na, geh nach Hause. So. Der nächste hier. Der gnädige Herr hier im blauen Hemdchen. Tor 3. Tor 3. Ich habe nur grün, rot oder gelb. Ich möchte auch keinen Umschlag, ich nehme Tor 3. Ich habe kein Tor 3. Die gelben will ich gar nicht haben, das ist bestimmt Kinderpunsch mit der Biene drauf. Nein, 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 Kinderpunsch haben wir hier nicht. Hier gibt's nur mit Schuss. Ja, dann, hier, einmal für Sie rot. Ding, 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 ding. Sie haben den Extraschuss. Moment. Moment. Bitte schön. So, der gnädige Herr hier in dem grünen Hemd, was darf ich Ihnen in der Tasse geben? Ja, mal so ein roter auch. Bei Ihnen steht mal gleich die Hälfte raus. Moment. Verloren. Bitteschön. Der Kevin muss einen mit der Biene nehmen, der darf noch nichts. Du musst aber einen ganzen Blecher bezahlen, dann kriegst du aber nur einen halben Fall, ne? So, ich kriege mir dann jetzt auch mal einen hier aus dem großen Bottich, aus dem silbernen, ne? Aha, lecker. Eieiei, so. So, na Jungs, und? Deco, einfach fein. Ja, aber gut. Ja, aber gut. Ja, aber gut. Ja, ne? Ja, schön. Hallöchen. Wer will noch mal, wer hat noch nicht die nächste Runde startet? Jetzt noch schnell Tickets lösen, hier am Verkaufsstand und wieder mit dabei sein. Ja, nein, auf geht's, Leute! Überhin klappt das auch viel besser. Ich nehme den hässlichen blauen, so los geht's. Ja, ich will mal bunt fahren. Sieht so ein Scheiße aus. Sieht scheiße aus, kann nur gut werden. Wer fährt denn hier den pinken? Ja, kann doch nur wieder Kevin sein. Nee. Ach, du bist das. Nein. Ja, doch. Ach ja. Boah. Ja. Warum sagst du nein? Du hast gesagt, du fährst hier den bunten. Stimmt, ich fahr den bunten. Weich. Mann, fahr doch mal weg da. Ach, wer rappt mich denn da? Also, ich bin der Meinung, die brauchen ein bisschen mehr Power. Ach, das geht schon. Ich kuppel ihm mal eins zurecht. Juhu. Und jetzt ab im Kreis. Noch eine Runde, noch eine Runde. Wer weh noch mal, wer hat noch nicht? Sag mal. Ist nie ein Führerschein. Wer? Sohn. Hehehe. 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 Ui. Boom. Ah, so. Also, wenn er so weitermacht, kriegt er nie einen Führerschein. In zehn Jahren nicht. Ja, das glaube ich auch. Hast du dir mittlerweile eigentlich ihm angemeldet? Ja, ja. Angemeldet habe ich ihn ja schon. Hehehe. Aber? Kommt nie zur Prüfung, weil immer 50 Fehlerpunkte oder was? Nee, irgendwie äh, lässt er sich so viel Zeit. Ach, faul auch noch. Naja, zwischendurch mal, ne? Auf dem Hof macht er alles. Aber wenn er große Traktoren fahren will, dann muss er auch mal. Sag mal. Mhm. Ja. So, weg hier. Wo sind die Dinger eigentlich im Bremslicht? Weil die es können. Ja, genau. So, ich brauche noch ein Herz. Ich brauche noch ein Herz. Oh, Licht haben die auch. Guck mal. Ja. Hast Licht? Juhu. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Oh. Ja, aber ich brauche jetzt noch ein Herz. Ich muss jetzt mal noch ein Herz kaufen. So. Die Hup. Nee. Nee. Nee, das darf, das will ich nicht. Ich will ja, was will ich denn? Ah, hier, ich nehme mir so eine... Ja, hier hinten stehe ich doch schon. Na, Grindel, Grendel. Nach Hänsel und Gretel. Ja, ich möchte hier den Weißen bitte. Hallo. Ist hier denn keiner? Das gibt's doch nicht. Ich will hier bei Hänsel und Gretel den Weißen Mann. Bei den zwei Buben fällt jetzt da ja einer drin. Ja, komm, geh mal gucken. Mmeow. 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 Tipp, 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 tipp tipp. Wow, ich bin grade äh, total sprachlos. Sätze, oberijden. Ich bin grade total sprachlos. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ähm, ich hätte hier gerne so einen weißen Brezelmann. Ein weißen, ok. ein weißen und so ein kleines mini haus und der mini hexe ja mit million und big mini und big big kann nicht gut aber ich will heute mini so ja genau und außerdem weiß ne quatsch und grünes mannigen für sie landhandel grün ist das übrigens hallo wieder der hässliche junge mann mit der fendt mütze hallo ich hätte gerne einen kuchen anreden was möchten so was haben wir nicht im angebot da bin jetzt nach was du willst so machen ist das schön also leute ich bin gerade echt total sprachlos einfach einfach nur wieder krass hier was abgeht hier gerade so ich will eine weiße schokobanane haben wir nicht richtig hat er nicht gesagt doch hat er ich habe schon wieder 30 auf hier gibt noch ein glühwein gibt es noch und dann geht es ab zu haben ja komm ein glühwein alle mann hier noch kevin komm ran hier auf meter da gab es eben schon was und sonst da vorne durfte ich nichts bei dem typ wer weiß hat du gezogen hast du den zocker haben deswegen durftest du nicht mehr es war jemand das eigentlich von frischen frischen du kriegst du kinderpunch macht sich wieder einen einen goldenen ist nur heißer kakao aber ich habe gemerkt ich brauchen grün war mal also meine freunde ja um hier den autoscooter als kompletten rein zu kriegen nicht nur die autos ja den den bus umgebaut habt ihr ja gesehen mit mehr sitzplätzen drin mit werbung drauf floppa ja also der fall hat sich ja mal gegeben ja huber moin stimmt hallo ja ich hoffe war lustig oder mal interessant anzugucken mal was anderes als immer nur feldarbeit und so weiter und so fort und ja ja eine kleine abwechslung zwischendurch lass mich kurz überlegen macht keine angst wir stream noch weiter jetzt genau die sendung noch auf das genau genau wir machen weiter und ich werde jetzt einfach mal den bildschirm bei mir wechseln dann kriegt er mich jetzt auch in großaufnahme so von daher bis gleich und bleibt gesund noch einen rest schönen samstagabend genau und morgen am sonntag ist